Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Uncharted, Drakes Schicksal. Wir sind immer noch im Kloster im Untergrund, haben gerade Roman gehört und Eddies Piraten sollten jetzt abgezogen werden, aber ich glaube mit denen haben wir uns schon länger nicht mehr rumgeschlagen. Warum nur wusste ich, dass da ein Schatz liegt? Ich habe das Gefühl sieht alles gleich aus. Oh, Tageslicht. Da liegt nichts. Da auch nichts. Da liegt nichts? 233 245 235 256 257 255 27 Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. 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 auf. Ich kann mich nicht umsehen. Hier geht es auch nicht weiter, oder? Nö. Okay, dann müssen wir da rein. Ich habe Angst, gleich hier runter zu fallen. Geht doch. Ja, und jetzt? Okay, nach rechts kommt nix, nach links kommt nix. Dann geht es ja nur so. Die müssen wohl ganz runter. Das tut morgen weh. Oh, netter Schuss. Los geht's. Mhm. Au! Ned, hörst du mich? Ja. Sully, ich dreh mich hier im Kreis. Die Kleine und ich haben hier unten ein bisschen gelesen. Offenbar gibt es oben in der Kirche eine Art geheime Empore. Kannst du da hin? Glaub schon. Ja. In Ordnung. Gib uns Bescheid, wenn du etwas findest. Was ist da? Nett Gah! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das muss es sein! Na, Spaß! Ja, ok! Nein, nein, nein! Ja, soviel zum Thema Steuerung Ja, soviel zum Thema Steuerung des ZDF, 2020 Ich dachte, das bringt vielleicht irgendwas... Wahnsinn! Ja, soviel zum Thema Steuerung des ZDF, 2020 Ich bin Anita, soviel zum Thema Steuerung des ZDF, 2020 Ernsthaft? Und jetzt? Ist jetzt hier irgendwo eine Tür aufgegangen? Ich habe das hier. Ich habe das hier. Ich habe das hier. ach da ist noch ein schlüssel alles klar wie kommt man da hin ja also das wird zu weit da sind simse kann ich mich daran festhalten ich hoffe wohl Okay, und wie komme ich jetzt da hin? Ah, schade. Falsche Seite, oder? Geht's von beiden Seiten? Ja. So. Ah, sieh mal an. Das kann doch nicht wahr sein. Hey, Sully. Ich höre. Diese falsche Fährte, mit der du Roman und Navarro loswerden wolltest. Ja? Tja, sie sitzen jetzt genau auf dem Schatzlager. Na, so ein verdammtes Pech. Gut, wir müssen sie irgendwie weglocken. Mach ich nicht. Einmal weglocken. Kommt sofort. Und Sully. Ja? Wenn sie weg sind, komm ins Mausoleum. Aber geh durch die Katakomben. Das ist sicherer. Geht klar. Jetzt muss ich nur an den Typen vorbei, ohne dass die mich sehen. Oh. Sullivan ist entkommen. Ausschwärmen. Sucht ihn. Gah. Das schöne Präzisionsgewehr. Aber was soll ich mit fünf Schuss? Wer ist da drüben? Wie viel dazu? Jetzt geht das wieder los. Mann, das sind ja überhaupt nicht viele. Da ist er! Er ist da drüben! Da drüben! Da! Der nervt. Er ist da drüben! Er ist da drüben! Ich hab ihn erwischt! Ja, er sieht mich, aber ich ihn nicht. Das ist echt nicht fair! Echt nicht! Da ist er! Von wo schießt der denn? Ich seh den nicht! Der da! Geht doch! Das war's dann wohl! Er ist da drüben! Schulter wechseln geht auch nicht! Hey, was machst du denn? Was macht er denn? Wie gefällt dir das, du Helden? Ach, um Himmels Willen! Ja, was machst du? Ich hab ihn erwischt! Er geht in Deckung, dann kann ich nicht schießen aus der Deckung. Dann springt er drüber über die Box und versteckt sich da drauf anstatt dahinter? Hoffentlich werden die nächsten Spiele besser. Diese Steuerung. Man sieht die Affen aber auch nicht. Hey! Hey! Oh! Verstärkung! Verliert ihn nicht! Da ist er! Verdammt! Ja! Na, dann! Na, dann! So, oft genug gestorben. So, oft genug gestorben. So, oft genug gestorben. So, oft genug gestorben. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ich sehe nicht, was das für ein Symbol ist. Sanduhr. Oder Kelch. Kann nur der sein, nach oben, okay. Buch. Ist das richtig rum? Nee, müsste so rum richtig rum sein. Okay, zwei Pfeiler. Die müssen nach oben. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, wir sind im Geschäft. Ja. Was hältst du davon? Ich weiß nicht. Vielleicht eine Sackgasse. Warte. Es sieht aus, als könnte es hier weitergehen. Oh oh. Oh Mist. Was ist das denn? Sully, los, raus da! Was? Das ist ne Falle! Das Schatzlager. Das Schatzlager. Ja. Dieses Kapitel schauen wir uns in der nächsten Folge an, von Uncharted Drakes Schicksal. Schaltet dann wieder ein. Bis dahin. Viel Spaß beim Zocken. Ciao, ciao!